Die Jedermann-Bühne ist umgezogen und zwar vom Residenzplatz auf den Papageno-Platz. Und dort hat wieder jeder die Möglichkeit, sein Können zum Besten zu geben. Die Jedermann-Bühne ist eine offene Bühne für jedermann und jeder Frau. Das heißt, jeder kann auf die Bühne gehen, wenn er oder sie möchte. Wenn irgendjemand irgendwelche Talente hat, die er in der Öffentlichkeit präsentieren möchte, wie singen, tanzen, schauspielern oder irgendwas anderes ausgefallenes, wie, keine Ahnung, Marionettenspielen oder sonstiges. Und die Bühne ist täglich geöffnet von 9 bis 22 Uhr. Und man braucht einfach sämtliches Equipment, was man benötigt, mitbringen und dann geht's auf die Bühne. Alle Vorführungen werden mit mehreren Kameras aufgezeichnet und ins Internet hochgeladen. Anschließend kann man sein Video liken und mit seinen Freunden teilen. Die Jedermann-Bühne steht noch bis zum 24. September auf dem Papageno-Platz.